Spontan nach der Arbeit noch schnell eine Hose kaufen, ist in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr möglich. Seit dem 6. April dürfen Einzelhändler ihre Kunden nur noch mit negativen Corona-Tests empfangen. Auch bei Kosmetikstudios und Friseursalons gilt die Testpflicht. Von der Regel ausgenommen sind nur Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte, Drogerien, aber auch Blumen- und Buchläden. Von Seiten der Einzelhändler ist das nicht nachvollziehbar, wonach entschieden wird, ob ein Test notwendig ist oder nicht. Wir haben uns in den Geschäften in Mecklenburg-Vorpommern mal umgehört. Also vorbereitet habe ich mich erstmal, indem ich versucht habe, so viele Informationen wie möglich zu finden darüber. Was erstmal nicht ganz einfach war, weil ich fand es erstmal nicht sehr aufschlussreich. Also ich wusste erstmal nicht ganz genau, wie das überhaupt ablaufen soll. Dann habe ich verschiedene Informationen von der IHK zum Beispiel geschickt bekommen. Das habe ich mir dann ausgedruckt, genau angeguckt und so weiter. Und ein Formular, was ich brauche, um einzutragen, wenn der Kunde kommt. Ja, das war erstmal. Und das habe ich jetzt halt hier liegen und weiß, wie ich vorzugehen habe, wenn jemand kommt. Ich habe das insofern jetzt noch gar nicht umgesetzt, weil noch kein Kunde kam bisher seitdem. Das ist ja erst seit dem 6., also seit zwei Tagen. Also weder einer, der einen Test hier machen wollte, noch jemand, der schon eingemacht hatte und kam. Vor Ort hat die Inhaberin der Naturwaren Wismar keine Tests auf Lager. Kunden können aber direkt vor dem Laden mit ihr zusammen einen machen. Dieser gilt aber auch nur dann dort. Für den Laden nebenan wird ein neuer Test benötigt. Kunden, die sich beispielsweise in einer Apotheke mit einem Schnelltest testen lassen, können innerhalb der nächsten 24 Stunden Geschäfte besuchen. Bei vielen Apotheken in Wismar sind jedoch spontane Testtermine nicht mehr möglich. Die Öffnung der Geschäfte damit lohnt sich oftmals nicht mehr. Im Grunde haben wir immer gesagt, alles ist besser als nichts. Und man hat natürlich schon auch Stammkunden, die sagen, wir nehmen das in Kauf, für uns ist das gar kein Problem. Wir haben dann zum Beispiel auch für die Kunden, die jetzt nicht in einem Testzentrum waren oder einen Arbeitgeber haben, haben wir halt auch Selbsttests, die wir zur Verfügung stellen. Und ein Kunde, der wirklich will, der Bock hat, der ein neues Outfit braucht, der macht das halt einfach auch. Aber das Grobe, also insgesamt ist es doch halt schon weniger. Wie Thomas Pantl zählen jetzt auch andere auf ihre Stammkunden. Er sieht die Situation kritisch. Spontan einkaufen wird in MV zur Herausforderung. Doch Urlaub auf Mallorca ist möglich. In der Landeshauptstadt Schwerin haben wir uns mal umgehört, wie Testpflicht angenommen wird. Also tut mir leid, dass ich Peter-Männchen-Karte geholt habe. Es macht kein Einkaufen mehr Spaß. Die Notwendigkeit ist wahrscheinlich da, aber ob das jetzt die Masse so in die Läden lockt, das glaube ich nicht. Man sieht ja überall, wo wir jetzt vorbeigekommen sind, es war ziemlich leer. Weil da dürfen wir auf Masse einkaufen, also sind wir mit mehreren Personen im Supermarkt, im Schulladen zum Beispiel, dürfen wir es nicht. Ich habe keine Meinung dazu, ich bin ehrlich. Ich lasse es alles über mich hier gehen und ertrage es. Ich arbeite ja selbst im Einzelhandel und das ist jetzt halt einfach für uns mehr Arbeit, dass wir gucken müssen, sind die negativ, ist das wirklich alles so rechtens, was sie machen. Aber wenn die Politik sagt, das bringt was, dann bringt das was. Also dann kann man zu Hause bleiben. Dann fahre ich auch lieber, nehme ich meine letzte Rente, die Kröten und fahre nach Mallorca. Ich bin sauer. Viel Verständnis haben die Menschen im Land nicht mehr. Auch für sie ist es unverständlich, warum eine Testpflicht für den Einzelhandel verpflichtend ist. Einkaufen wird nicht mehr zu einem Erlebnis, sondern zu einem Termin. Letzte Woche kamen schon unzählige Anrufe an. Wenn ich ab nächster Woche dann den Test haben muss, würden wir diese Woche noch kommen und mit unseren Kindern und so weiter. Weil dann praktisch diese Variante einkaufen mit negativen Schnelltests ist für viele, ja, ist einfach auf große Ablehnung gestoßen, ja. Im Vergleich zur Woche vor Ostern besuchen derzeit nur halb so viele Kunden das Schuhgeschäft von Claudia Timm. Das Paradoxe, ein paar Meter weiter können die Menschen ganz ohne Test in die Lebensmittelgeschäfte oder die Drogerie kommen. Claudia Timm kann das nicht nachvollziehen. An diesem Standort ist sie auf spontane Kundenkäufe angewiesen. In Rostock begann die Testpflicht erst am 10. April. Durch unseren Shop in Meichio haben wir dann natürlich das Kundenfeedback schon quasi die letzten zwei Tage erhalten, dass wir eben wirklich sehen, dass aktiv weniger Leute kommen. Wir haben auch auf unserem Instagram-Kanal schon eine Umfrage gemacht, wo auch wirklich deutlich war, dass wenn, also es war zwei, drei Wochen ist das jetzt schon her, wo eben das kam, dass eventuell nur noch Shoppen mit Test möglich ist. Und da haben gut, ja, 70 Prozent gesagt, dass sie dann eben nicht mehr shoppen kommen würden, einfach weil so diese Spontanität fehlt. Weil wir wissen, alle Spontankäufe sind irgendwie die besten Käufe. Und das fehlt dann natürlich gänzlich. Und dieses Plan muss man natürlich a wollen und auch, ja, zeitlich irgendwie in seinen Alltag integrieren können. Wendolin Stark findet, dass die Situation solche Maßnahmen erfordert. Dennoch sind es Bedingungen, die gerade die Arbeit des Einzelhandels massiv einschränken. Die Einzelhändler denken inzwischen um. Den ganzen Tag öffnen lohnt sich nicht. Einige, wie auch die Modeboutique Schieler, denken über Halbtagsöffnungen oder shoppen mit Termin nach. Das entscheidet sich in den nächsten Tagen und ist abhängig von den Kundenbesuchen. Nun wurde auch die Testpflicht weiter verschärft. Auch Kinder benötigen einen negativen Corona-Test.